Ist Sport nach Embryotransfer okay? Was könnt ihr sonst noch tun, um die Einnüstung zu unterstützen? Und was hat es mit dieser Ananas auf sich? Darum soll es heute in dem Video gehen. Ja, wie ihr ja wisst, ist meine erste XE ohne Transfer abgelaufen und meine zweite XE hatte jetzt einen Transfer, ist aber leider ja trotzdem gescheitert. Nichtsdestotrotz dachte ich, ich mache euch ein Video dazu, was man tun kann, um die Einnüstung zu unterstützen, weil ich habe mich an alle möglichen Regeln gehalten. Ihr seht, das alleine macht einen noch nicht schwanger, aber es ist durchaus sinnvoll und deswegen dachte ich, wir sprechen mal über ein paar Dinge, die man immer wieder hört. Da gibt es nämlich sehr, sehr, sehr viele Mythen und ein paar Dinge, die stimmen und ich dachte, wir gehen die mal alle einfach Stück und Stück, Stück für Stück durch. So, das allererste, was immer wieder kommt, ist so dieses Thema Sport, Bewegung. Folgende Situation, kurz nach dem Embryotransfer, wenn ihr in der künstlichen Befruchtung seid, bleibt ihr etwa 10 Minuten liegen, danach dürft ihr euch ganz normal bewegen. Und im Übrigen, das ist auch ganz wichtig, diese ganzen Einlistungsregeln, die jetzt alle kommen, treffen nicht nur auf künstliche Befruchtungen zu, sondern die sind auch ganz normal für die normale Einlistung in einem normalen Spontanzyklus, wie man so schön sagt, genauso relevant, weil danach funktioniert nämlich beides komplett gleich. Ja, gibt es eigentlich so gut wie keine Unterschiede zwischen künstlicher Befruchtung und natürlichen Zyklen. Kommen wir also zum Thema Bewegung und Sport. Ganz viele von euch fragen sich immer, darf ich in der zweiten Zyklushälfte das und das machen? Und die grobe Antwort ist höchstwahrscheinlich, ja, dürft ihr genauso. Es ist schon so, dass man empfiehlt, den Sport, vielleicht nicht die ganz extremsten Sachen zu machen, sondern schon, sag ich jetzt mal, vielleicht nicht das übelste Crossfit-Training in dem Moment zu machen. Aber im Grunde ist das für den Embryo völlig in Ordnung. Nach künstlicher Befruchtung, hier ist ein kleiner Unterschied, sollte man sich tatsächlich noch ein bisschen mehr zurückhalten, weil die Eierstöcke von der Stimulation häufig noch angeschwollen sind und deswegen zum Beispiel Drehbewegungen schwierig sind, weil sich dabei die Eierstöcke um den Eileiter drehen können. Das nennt man ein sogenanntes stilgedrehtes Ovar. Und das ist a. sauschmerzhaft und b. ist es akute Gefahr für den Eileiter. Deswegen also nach künstlicher Befruchtung und Stimulationsbehandlung noch vorsichtiger sein. Im normalen Zyklus müsst ihr euch eigentlich so gut wie gar nicht einschränken. Trotzdem sagt man vielleicht so ganz extremen Belastungen eher nicht. Ansonsten, Bettruhe ist aber auch totaler Blödsinn. Es gibt sogar Studien, die nachgewiesen haben, dass die Einlistungswahrscheinlichkeit höher ist bei moderater Bewegung. Sprich Yoga, Spazierengehen. All diese Dinge können die Einlistung positiv unterstützen. Und zwar über einen ganz einfachen Mechanismus. Wenn ihr euch bewegt, habt ihr mehr Durchblutung im Becken. Und mehr Durchblutung fördert den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Und nicht nur in der ersten Zyklushälfte ist der Aufbau wichtig, sondern auch in der zweiten, damit sich die Einlistung besonders gut stattfinden kann. Und der Embryo will ja auch schön schnell an Blut rankommen, wenn er sich einlistet. Deswegen gute Durchblutung ist das A und O für die Einlistung. Ergo, ihr dürft und sollt euch auch nach Embryotransfer oder im Spontanzyklus in der zweiten Zyklushälfte bewegen. Kommen wir mal zu ein paar anderen Sachen, die immer wieder mal bei Ixys und IVF-Foren immer wieder auftauchen. Und von denen ich, ich gebe es zu, sie auch gemacht habe. Obwohl sie streng genommen keine wissenschaftliche Basis haben. Und zwar essen ganz viele Frauen nach Embryotransfer Ananas. Die These dahinter ist, dass in der Ananas ist Bromelain enthalten. Und Bromelain wirkt anti-entzündlich und soll die Einlistung unterstützen. Ich habe auch ganz viel Ananas gegessen. Es gibt auch sogar Bromelain in Kapselform, wenn ihr Ananas nicht mögt oder die Fruchtsäure nicht vertragt. Es gibt dabei nur ein Problem, wenn ihr Ananas esst. Also erstens, Bromelain ist in größeren Dosen nur enthalten im Kern von unreifem Ananas. Und die meisten Leute schneiden den Kern raus und außerdem sind die Ananas nicht unreif. Ergo ist gar nicht wirklich viel Bromelain enthalten. Schon alleine deswegen ist die Wirkung fraglich. Und wenn man sich jetzt Bromelain-Extrakte anschaut, die es in Kapseln auch gibt, dann gibt es ehrlich gesagt überhaupt keine wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass es irgendeinen Einfluss darauf hätte. Wie gesagt, ich habe es trotzdem gemacht, weil Ananas sowieso furchtbar gesund ist und ich mir gesagt habe, das schadet ja nicht. Und ich es für meinen Kopf gebraucht habe. Und manchmal ist es auch sinnvoll, was zu machen, was einfach nur den Kopf ein bisschen unterstützt. Weil das kann ein Kinderwunsch, das brauche ich euch nicht erzählen. Geht einem ganz schön an die Substanz. Und je länger er dauert, desto mehr. Also insofern, ihr könnt das machen, aber wenn ihr eure Ananas-Dosis vergesst, macht euch keine Sorge. Deswegen scheitert es nicht. Und ähnlich verhält es sich mit Granatapfelsaft. Der wird auch ganz, ganz gern getrunken. Manchmal wird dann auch diskutiert, muss es jetzt Mutterkornsaft sein? Also, im Granatapfelsaft sind Antioxidantien drin. Die können durchaus, die sind auch sehr gesund. Und gleichzeitig beinhaltet Fruchtsaft allerdings auch sehr, sehr, sehr viel Zucker. Auch relativ sauger Fruchtsaft, wie Pink Grapefruit, Granatapfelsaft. Hat echt viel Zucker. Schaut euch das mal an. Also insofern solltet ihr es mit dem tatsächlich nicht übertreiben. Auch wenn er gesund ist, ist er sehr zuckerlastig. Ich habe auch mein eines Glas getrunken. Ich finde ihn eigentlich auch sehr lecker. Aber wissenschaftliche Belege, dass es irgendwie die Einlistung unterstützt, gibt es keine. Im Übrigen gibt es Granatapfelsaft tatsächlich auch in Kapselform. Also sprich, Granatapfelkapseln. Auch dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Wenn ihr aber sagt, ich möchte so gerne Granatapfel zu mir nehmen, weil ich glaube, das bringt was. Ich möchte aber nicht den ganzen Zucker haben. Dann könnt ihr euch auch Granatapfelkapseln holen. Ich kann gucken, ob es welche auf Amazon gibt, aber ansonsten gibt es die auch bei dm. Ich habe eh schon so viele Nahrungsergänzungsmittel und Kapseln, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht noch weitere. Ich bin jetzt ja auch sogar eher wieder umgestiegen. Ich werde jetzt nicht mehr so viel Einzelvitamine nehmen, weil ich einfach die Nase so voll davon habe, diese Boxen zu füllen. Also da zieht sich jetzt nun mal sehr lange. Die Vitamine helfen. Wir sehen es auch, dass sich die Spermogrammen, das hat sich leicht verbessert. Mir tun sie bestimmt auch gut. Deswegen nehme ich weiter Vitamine. Aber ich bin jetzt tatsächlich auch auf ein Kombivitaminpräparat umgestiegen. Also ich nehme jetzt tatsächlich inzwischen von Baby Forte das Kinderwunschpräparat. Ich habe auch da, ja, für Markus habe ich auch umgestellt. Er nimmt jetzt auch Maskupro Forte. Einfach, weil ich keinen Bock mehr habe auf die Kapseln. Das Einzige, was ich jetzt noch zusätzlich dazu nehme, außer den Medikamenten, die ich nehme, und darauf komme ich gleich nochmal, ist noch Coenzym Q10 separat. Dann nehme ich jetzt das von Cosphera, weil das am höchsten dosiert ist und weil es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass es irgendeinen Unterschied zwischen Ubiquinol und Ubiquinon gibt in Bezug dazu, was am Ende wirklich in eurem Blut reinkommt. Ihr werdet es ganz häufig lesen. Ich habe ganz lange recherchiert. Im Prinzip ist es egal und ihr könnt auch das Günstigere nehmen, weil es wird in eurem Körper sowieso ineinander umgewandelt. Es gibt ein bisschen Diskussionen mit der Bioverfügbarkeit, aber im Grunde, ja, also in Baby Forte ist ja sowieso schon Coenzym Q10 beinhaltet und ich nehme nochmal zusätzlichen Coenzym Q10, also damit reicht es auch. Insofern Vitamine natürlich auch sinnvoll, auf jeden Fall weiterzunehmen. Das ist jetzt so ein bisschen ein No-Brain, aber das nicht nur die Einlistung unterstützt, sondern generell ja im Kinderwunsch. Solltet ihr auf jeden Fall zumindest Folsäure und Vitamin D zu euch nehmen und ich habe dazu ja auch schon weitere Videos gemacht. Wie gesagt, ich selber bin jetzt auch einfach umgestiegen und nehme einfach Baby Forte, bin damit jetzt auch glücklich. Die Zusammensetzung ist gut. Ihr könnt euch das auch einzeln zusammensetzen. Dazu habe ich ja Videos auch gemacht. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie ihr, ja, was euch lieber ist. Klar könnt ihr damit noch höhere Dosierungen haben. Ich mache auch die nächsten Wochen über mal nochmal einen Test von CeraScreen. Da berichte ich euch dann dazu, wenn ich die gemacht habe, wie gut die waren. Da teste ich jetzt nämlich dann auch mal noch die Mineralstofftests durch und schaue mal auch. Ich weiß ja eigentlich schon, dass ich eigentlich keine Mangelzustände mehr habe, aber ich dachte mir, das ist bestimmt auch spannend, weil wenn Mangelzustände da sind, sollte man die auf jeden Fall auch ausgleichen. Auch das ist natürlich wichtig und gut und richtig für die Einlistung. Kommen wir noch zu medikamentösen Themen, weil da gibt es nämlich auch einiges, was durchaus einen Einfluss hat. Hier bitte nochmal ganz riesengroßer Disclaimer. Wenn ich mit euch über Medikamente spreche, auch verschreibungsfreie, dann nehmt diese Medikamente niemals, und das meine ich wirklich ganz ernst, ohne Rücksprache mit eurem Arzt. Ja, das heißt, was ich jetzt anspreche, ist nur etwas, was ihr bitte mit eurer behandelnden Kinderwunschklinik oder dem Gynäkologen besprecht oder je nachdem wenigstens mit dem Hausarzt. Trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten, weil es dazu Studienlagen gibt. Und zwar sprechen wir über ASS, Heparin, Pretnisolon und über Progesteron. Also, fangen wir vielleicht mal mit dem einfachsten an, ASS. Ihr kennt es, es ist in allen möglichen Kinderwunschforen drin. Ich habe euch auch schon gesagt, dass es tatsächlich den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut unterstützen kann, aufgrund der durchblutungsfördernden Wirkung. Und tatsächlich gibt es auch Studien, die belegen, dass ASS um den Implantationszeitraum herum, also ein paar Tage davor bis ein paar Tage danach, niedrig dosiertes Aspirin, zumindest in künstlichen Befruchtungszyklen, da werden die meisten Studien durchgeführt, eine leichte Erhöhung der Implantationswahrscheinlichkeit Umständigkeit nach sich zieht. Und zwar unabhängig davon, ob eine Gerinnungsstörung vorliegt oder nicht. Da ASS sehr, sehr günstig ist, ist es natürlich sehr verlockend, das einfach dazu zu nehmen. Also die Hunderterpackung, die ich jetzt nach bestellt habe, kostet irgendwie 1,50 bei MedPacks. Trotzdem, es ist ein Medikament. ASS hemmt eure Gerinnung irreversibel. Deswegen sollte man es nicht unterschätzen, auch nicht in der Hunderterdosierung. Man kann aber darüber nachdenken, das durchaus einzunehmen im Kinderwunsch. Sprecht es bitte mit eurem Arzt an. Deutlich unwahrscheinlicher, dass ihr es einfach so nehmen werdet, ist Heparin. Ich spritze auch Heparin in der ganzen Kinderwunschzeit jetzt. Also nicht in der ganzen Kinderwunschzeit, sondern in der künstlichen Befruchtung nach Eizellentnahme, beziehungsweise gegebenenfalls sogar davor. Die Charité hatte gesagt, ruhig vorher anfangen. Das ist jetzt ein bisschen noch unklar. Also bei mir steht ja auch eine Gerinnungsstörung im Raum, auch wenn bisher nie was gefunden wurde. Sollte keine Gerinnungsstörung da sein, wird in der Regel euch Heparin nicht verschrieben. Es gibt aber wenige Studien, die auch, wenn sie in der Qualität noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind, darauf hindeuten, dass Heparin über die Gerinnung hinaus Mechanismen auf Zytokinebene einen Einfluss auf die Implantationswahrscheinlichkeit hart und förderlich sein kann. Insofern sollte bei euch aufgrund einer Gerinnungsstörung Heparin diskutiert werden von der Kinderwunschklinik und ihr scheut euch ein bisschen vor den Spritzen, dann würde ich es mir wirklich überlegen. Also wenn die Kibu das vorschlägt, dann macht das ruhig, weil das kann die Einlistung unterstützen. Auch wenn die Datenlage sehr eingeschränkt ist. Ich bin froh, dass ich aufgrund dieser unklaren Gerinnungssituation einen Grund habe, Heparin zusätzlich zu spritzen. Und auch wenn meine Oberschenkel grün und blau sind und gelb und braun und alle möglichen Farben, ist es mir das wert. So, Progesteron. Progesteron in Kinderwunschzyklen, also in Kibu-Klinikzyklen, nach Eizellentnahme wird es immer gegeben, weil durch die Eizellentnahme sich der Gelbkörper nicht normal ausbildet und wo kein Gelbkörper, da kein Progesteron und ohne Progesteron funktioniert die Einlistung nicht. Ergo, da keine Frage, jeder kriegt nach Stimulationszyklen Progesteron und das ist auch sinnvoll und notwendig für die Einlistung. Das sollte man also auf jeden Fall unbedingt nehmen. Und ja, Mädels, ich weiß, Feminita und Utrogest schmieren furchtbar. Ich hatte das in meinem ersten Zyklus, also in meinem ersten Exi-Zyklus, dreimal, zwei Stück, ja, am Tag. Und ihr kennt es alles, das ist ein Gesabbel. Also sorry, ich muss es einfach mal ansprechen, das ist echt nicht angenehm. Diesen Zyklus habe ich Crinone, das ist ein Gel und man muss es nur einmal täglich verwenden und es sappelt nicht. Es ist viel besser. Es ist allerdings teurer als Feminita, deswegen, ja, aber wenn ihr das Utrogest oder das Feminita habt und es hasst wie die Pest, überlegt euch, ob ihr fragt, ob ihr Crinone haben könnt, weil bei mir keine Sabbelei diesmal. Echt angenehm und notwendig. Abgesehen von Kinderwunschbehandlungen ist Progesteron manchmal sinnvoll bei Frauen mit Gelbkörperschwäche. Das muss euch aber auf jeden Fall der Arzt dann diagnostizieren und verschreiben. Es wird manchmal prophylaktisch nach Fehlgeburten gegeben, wobei die Datenlage darauf hindeutet, dass es eigentlich keine wirkliche nachgewiesene Wirkung hat. Aber da es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Nebenwirkungen hat, kann man das durchaus machen. Aber wiederum, das muss euch der Arzt verschreiben, das ist auch verschreibungspflichtig, das kann man aber durchaus mal überlegen. Und ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon durch. Ich habe gerade beschlossen, dass ich heute nicht über Prädnisolon reden werde, weil das eigentlich ein komplettes eigenes Thema ist, weil wir da ins Thema Immunologie gehen. Ich habe diesmal auch Prädnisolon noch dazu bekommen, aufgrund meiner Immunsituation, also sprich meiner Antikörper bei Hashimoto. Aber das ist ein separates Video und Immunologie ist sehr, sehr, sehr komplex. Und ganz ehrlich, da würde ich mich gerne noch selber, noch besser damit beschäftigen, bevor ich euch hier was erzähle, weil ich ja auch weiß, dass ihr das alles aufsaugt und ich dann auch da sicher gehen möchte, dass ich den neuesten Stand der Forschung berücksichtigen kann. Insofern nochmal einmal als Zusammenfassung. Sport völlig in Ordnung, moderate Bewegung sogar förderlich. Ananas, Granatapfelsaft, könnt ihr machen, Datenlage gibt es nicht. ASS ruhig mal den Arzt drauf ansprechen und Heparin, wenn es euch die Kivu empfiehlt, dann macht das ruhig, trotz der Spritzen, das ist die blauen Flecke vermutlich wert. Und was war jetzt das letzte? Ja, Prednisolon, äh, nee, Progesteron, wenn es euch verschrieben wird, dann macht das ruhig, wenn ihr im Spontanzyklus seid und ihr habt den Verdacht einer Gelbkörperspräche, dann ähnlich wie bei ASS, ruhig mal den Arzt drauf ansprechen, kann was machen. Aber letzten Endes, einfach auch, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, Menschen sind ja immer schon schwanger geworden, ohne all diese Sachen zu machen oder auch nur zu wissen, wo sie in ihrem Zyklus standen. Schon allein auch deswegen zeigt sich, dass man nicht zwei Wochen im Bett liegen muss, weil wenn das notwendig wäre für eine Schwangerschaft, boah, das hätte der Mensch halt nicht geholfen. Es ist nicht viel, was ihr tun könnt. Und das ist das Schlimme daran, diese Wartezeit, dieses Warten und nichts tun können. Deswegen habe ich persönlich meine Ananas gegessen und meinen Granatapfelsaft getrunken, weil ich dann für meinen Kopf das Gefühl hatte, ich kann was tun, auch wenn es vermutlich nichts bringt. Und man leider an mir sieht, dass man selbst, wenn man alle Register zieht, am Ende hängt es vor allem vom Embryo ab, ob er sich einnisten kann. Und in unserem Fall war leider einfach die Embryo-Qualität vermutlich nicht gut genug. Und die zwei kleinen Kämpfer waren halt einfach noch nicht die richtigen. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Und ich nehme euch die nächsten Wochen natürlich wieder mit, sobald es wieder losgeht. Ich muss jetzt erst mal wieder einen Pausezyklus machen. Und in dem erkläre ich euch noch ganz, ganz, ganz viele Sachen, nämlich wo ich in den letzten Wochen wegen meinen ganzen Tagebuchvideos gar nicht dazugekommen bin. Nochmal ein bisschen wissenschaftlicher. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr spezielle Themen habt, die ihr haben wollt. Ich bin inzwischen auch sehr aktiv auf TikTok und mache dort so ähnlich wie die YouTube Shorts immer mal so einminütige Kurzerklärungsvideos, nehme euch da mit. Auf Instagram in meinen Storys nehme ich euch eigentlich auch immer mit, in was halt gerade in dem Moment passiert. Insofern folgt mir sehr gerne auch da, wenn ihr möchtet. In meiner Facebook-Community diskutiere ich auch mit inzwischen mehreren hundert Frauen darüber, was sich tut. Und last but not least, dazu gibt es demnächst noch eine Ankündigung, bin ich jetzt ja Expertin bei Storchgeflüster. Ihr kriegt ja auch auf alle Storchgeflüsterkurse mit meinem Code Babybauch 10 Euro Rabatt. Aber, und ich habe euch ja auch schon eine Review gemacht, aber ich erzähle euch bald noch mehr, weil ich nämlich jetzt letzte Woche ganz, 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 ganz viel an einem Storchgeflüsterkurs gearbeitet habe, der bald launcht, wo dann auch tatsächlich Videos von mir drin sind und sogar Podcast-Interviews von mir mit anderen Frauen. Aber eins nach dem anderen, für heute soll es reichen. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen weiter in eurer Kinderwunschzeit, wenn ihr in der Kiwu steckt und nach Transfer seid oder einfach im natürlichen Zyklus denkt, was kann ich noch tun? Und am Ende, ihr könnt nicht unendlich viel tun und ich weiß, es ist schlimm, dass man manchmal nichts machen kann. Und ich drücke euch ganz, ganz, ganz doll die Daumen und ich freue mich darauf, da euch bald wieder in die nächste XI mitnehmen zu dürfen. Mua! 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 Mua!